hallo freunde ist geile youtube sport grüße euch willkommen zu einem infolog genau wie ihr über schrift schon sehen könnt schätze auf ich jetzt ist euch time was kann das heißen ich werde ansprechen thema youtube richtlinien beziehungsweise nicht ja wie jeder andere kaut von euch der auf youtube meint dadurch aufrufe zu kriegen vielleicht ein sub und dann geiles video top bombe dann wie man andere leute unterstützen kann dass man mal was neues ausprobieren sollte da war 2018 haben und ja und dann halt über youtube ein bisschen so video soll auch nicht allzu lange gehen ich fange jetzt gerade das dritte machen ja ich wurde zweimal unterbrochen egal das darum soll eigentlich dafür heißen dass viele leute ihre eigene scheiße machen und andere leute gar nicht helfen da frage ich mich wofür seid ihr eigentlich auf der welt zu draußen umgebung da gibt ihr euch mit freunden ab und auf youtube dreht ihr das format komplett um wie funktioniert das außer die leute die sich jetzt schon so kennen haben da noch andere leute platz in eurem leben oder wie es nicht ich meine das einfach bullshit was manche leute treiben auf youtube einfach nur bullshit daumen hoch daumen runter holi hat schon ausgeblendet weil einfach weiß ich nicht die leute ihm kein feedback geben oder einfach nur neidisch sind dass er so weit kommt oder doch zwischendurch so content bringt er einfach zum einschlafen ist oder wann immer ich meine er macht sich mühe gibt sich dann lasst ihm doch mal ein ordentliches feedback da verlangt jeder andere youtuber auch nur machen tun es nicht dem meisten hauptsache mal reingeguckt und dann gefällt mir nicht warum auch weil der kanal einfach nicht das liefert was man sich erhofft wenn man auf den kanal drauf geht erhofft man sich durch wie soll ich sagen ja let's place die geile glaubt man baum mein christbaum ich habe ein weihnachtsbaum hier drin wir müssen mal raus der macht total den hier ihr müsst euer kanal ich weiß noch mal wieder so ein bisschen aufbettend auffreschen hier dürfte ich alles so untergehen lassen heißt vielleicht mal wieder was vielleicht am banner mal was machen oder auch nicht je nachdem man sagt das ist so klassisch das hat aber trotzdem was das ist so das passt auch in die moderne oder in die alte zeit je nachdem interessante tampmails gleich mal gestalten und vor allem was sehr sehr wichtig ist die playlist mal zu aktualisieren da nicht einfach das laufen lassen und sondern einfach mal sagen alte geile let's place wieder hervorrufen und da komme ich direkt nämlich aufs nächste thema was mir sehr sehr wichtig ist ich werde eine playlist erstellen auf meinem kanal sollte jeder von euch auch mal machen und damit komme ich dann zu dem thema dass ich diesen egoismus abschaffen will der auf youtube herrscht das ist so das ist einfach dieses ich 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 nein ich helfe dir nicht nein ich mache nicht nein ich tu nicht und der hat es gar nicht verdient ich schaue gar nicht bei dem rein und ich will eigentlich für mich und alter vergiss das mal ganz schnell weil das ist youtube und die neuen richtlinien finde ich ganz toll der ein oder andere wird sich darüber aufhängen ist doch scheiße genau so sieht es aus scheiß auf diese kleinen luchis die nur an sich denken das ist einfach die richtlinie finde ich toll damit die youtuber die die über 1000 abonnenten irgendwann zusammen gekriegt haben und froh sind dass sie die gekriegt haben auch dafür anerkennung und lob kriegen weil sie halt guten content gemacht haben ja und die auch natürlich angewiesen sind auf andere youtuber aber solche kleinen wie wir die werden natürlich wieder nicht beachtet weil sie dafür wieder die nase viel zu weit hoch im dreck haben hauptsache sie haben 1000 abonnenten erreicht unter anderem auch so einer ja gut den namen spreche ich vielleicht doch nicht aus oder doch tamiru man hört und sieht nichts von den leuten und sind aber froh wenn du kommentiert hast kriegst du mein herzchen dafür und das war's bringt mir relativ wenig weil der respekt der eigentlich davon erhofft ist bleibt einfach aus kein wunder dass ich alles andere deswegen so manche große youtuber dafür verantwortlich dass sie so arschlöcher sind so einfach sehe ich das aber trotzdem sie haben das erreicht ja und hörne und ja aber unser einer hat dann keine chance dagegen anzustinken es ist dann halt ein bisschen schade eigentlich so aber mit der laufbahn in dem ich im moment so viel erreicht habe auch immer beim kanal und viele die mich abonniert haben erstmal recht herzliches den dank an jeden einzelnen von euch und damit komme ich dann wieder auf das thema playlist ihr habt ja die rubrik playlist erstellt doch mal einfach eine neue playlist mit einem namen von die geilsten netzplays von anderen kanälen oder warum immer alles in groß schreiben damit die leute das auch sehen und am besten direkt mal ganz oben auf eurem kanal mal hinsetzen oder mittendrinne zwischen zwei aktuellen netzplays die am laufen habe somit teilt ihr auch den respekt mal anderen leuten ihr habt den kanal oder die playlist von einem anderen kanal auf eurem kanal mit dem ihr aber auch befreundet sei mit denen wir oft macht so teilt ihr euch den respekt gegenseitig dass der eine kriegt man abonnent aber scheißegal das ist nur ein verdammter klick es ist nur eine scheiß zahl die leute ihr könnt es ausblenden dann sieht es keiner mehr schade dann kann man sich nachverfolgen ich habe auch zwei kanäle aber da passiert im moment nichts mehr ich weiß auch nicht ob ich den noch von der lassen soll oder rausschmeißen und aber sonst war mal sehr gut unterhalten deswegen lasse ich dir eigentlich noch drinnen das ist aber nicht das thema was ich darauf hinaus wollte sondern eher youtube richtlinie finde ich ganz toll finde ich top ist richtig so da soll noch was anderes hinterher kommen ist in ordnung und jeder einzelne von euch ist selbst dafür verantwortlich weswegen das noch nicht so geklappt hat bei mir ist genau das gleiche zwischendurch ziemlich lange auf zwei drei blackouts gehabt deswegen kam auch kein let's play ich habe noch zwei drei let's plays noch und die müsste ich noch zu ende machen aber im moment geht mir das berufliche vor das heißt ich bin als produkttester bei rosiris eingestellt wird sich wahrscheinlich demnächst ändern wahrscheinlich komplett zu codemasters wechseln codemasters also die entwickler von formul 1 2017 aber da warte ich nur auf den vertrag beziehungsweise mein kollege ist ja der ansprechpartner dafür der camello mit dem ich das formel 1 2017 machen damit müssen wir jetzt noch die letzten rennen zu ende machen und danach soll wahrscheinlich der vertrag kommen so das ist eigentlich der deal danach soll aber wir sollen aber für das formel 1 2017 noch ne season machen und das machen wir auch definitiv macht mega laune das spiel auch jetzt wenn ich mal nicht gewinne ich fahr halt nicht so wie jeder andere erwartet auch fahr doch mal gescheit und hier und da ne das ist einfach mittlerweile denke ich mir wieder so alter wo geht denn mein scheiß hin denn ich mache ich bin nicht der der ich am anfang war ich war der der nur am rädchen rum war am meckern und am fluchen und nimmt da wird ein monat lecker alter also totaler weichmütze geworden weiße ich denke dann geht's noch muss man wieder so ein bisschen mehr aber manche sachen sollte man sich doch zurückhalten und ich denke eigentlich bin ich das gar nicht ich kann einfach nur unter die decke gehen so keine ahnung vielleicht habe ich immer mir live im wort verpennt oder so und dann lasse meine wut an den falschen sachen aus ja ich bin halt nichts für schwache nerven ist einfach so kann auch ab 18 so ja formel 1 wird auf jeden fall in die nächste season geben bei mir und camillo und das mit facecam aber so beschlossen jetzt die neue facecam und kriegt von mir weil ich ja diesen mega mäßig großen greenscreen ersteigert hat für 13 15 euro bei ebay das war eigentlich drei mal sechs meter und das ist das doppelt dreimal sechs meter rest könnt ihr euch ausdenken also der greenscreen der jetzt hinten hängt der ist ja nicht gerade klein und davon kann ich noch mal zwei drei große strücke strücke stücke abschneiden also ist krass da sind definitiv in camillo was übrig das kriegt er mal so frei raus ja wulfenstein damit ich das auch noch mal eben weg habe wulfenstein plus dlc also neue wulfenstein 2 und das dlc werde ich verkaufen oder ist zu erwerben scheiße ob ich jetzt die abonnenten kriege oder nicht aber ich werde wenn ich die 360 abonnenten habe und das hört jetzt genau zu verlose ich eine paysafe card von 10 euro somit kann sich jeder irgendwann mal so ein spiel bei steam kaufen oder was auch immer wenn ich die 360 abonnenten habe das liegt jetzt ganz allein an euch verlose ich eine 10 euro paysafe card aber dafür müsst ihr ganz einfach mal unter dieses videos in die kommentare erst mal müsst ihr mich abonnieren zweitens möchte ich das beste let's play oder das let's play wo ihr sagt das ist richtig geil das macht laune es ist aber es darf kein let's play sein was auf unendlich geht sondern es ist ein let's play so wie story modus hat was wenn man zu ende ist nach so 50 40 videos dürft ihr so ein video unter die kommentare reinschmeißen das wie das das co-op kann auch sein mit irgendjemand anders da bitte ich dass sie die playlist unter das video mit einem schönen text da reinschreibt ja und ich werde mir jedes video jede jede playlist werde ich mir angucken ich will auch den kanal angucken und werden wir auch die beschreibung des kanals oder kanal info werde ich mir mal durchlesen ich mache jetzt kein youtube kanal vorstellung und das mache ich nicht das macht schon jeder andere hans und franz das gebe ich mir nicht da habe ich auch nicht die zeit für ich tue mich jetzt im moment nur noch wesentliche konzentrieren ist let's place machen ein bisschen hochladen zeit für andere noch zu nehmen und für das ein oder andere und jetzt auch mal für so ein nettes video ich glaube das video ist schon ein bisschen überlängert schon zehn minuten egal ich wollte so ein video schon lange mal machen und das hat sich jetzt gerade mal so ergeben also wulfenstein um das euch nochmal 30 euro komplett preis könnt ihr mir auf paypal könnt ihr mir sofort überweisung machen und ihr kriegt dann sofort auch die codes die ich auf den zweiten monitor habe auf dem dokument die zwei codes damit hat sich die sache ist nicht irgendwo aktiviert oder wenn ihr jemand anderes weiter schenken könnt ist auch kein problem also es kann jeder von euch erwerben und dann irgendjemandem schenken der im ausland wohnt vielleicht kennt ein einer da ein und dann gib ihm das video zu dieser verlosung werde ich oben ein ausrufezeichen dran hängen das war glaube ich da ich hab's da ich hab's damit nicht und ihr postet das beste let's play was sie auf dem kanal habt kann auch koop sein ich werde mir die playlisten angucken und werde mal zwischendurch mir bei dem einen oder anderen video auch einen kommentar und einen daumen da lassen wenn wir dann negativ dann werde ich aber im feedback auch mitteilen warum oder ein daumen nach oben weil ist bei mir einfach so das ist respekt unter anderen leuten so wenn mir dieses let's play so gut verdammt verdammt noch mal gefallen hat so jetzt komme ich zu dem eigentlichen thema was ich vorhin angesprochen habe wegen den abschnitt auf eurem kanal da werde ich dann die ganz playlist mit einbinden das heißt eure playlist von eurem kanal erscheint auf meinem kanal auf dem hauptkanal in so einem abschnitt das heißt wenn ein neuer youtuber kommt und schützt auf meinem kanal und mit einem ich überlege mir noch eine überschrift für die playlist ja und schoßt auf die playlist und guckt da rein und sieht dann so let's plays die nicht von mir sondern von anderen leuten kommt aber die überschrift hat sagt ihr könnt auch unter der überschrift also wenn ihr auf playlist dann klickt auch auf bearbeiten klicken da könnt ihr einen kleinen text reinschreiben wie die leute darauf hinweist das sind geile let's plays von leuten mit denen ich zu tun habe und die ist auf jeden fall empfehlenswert sich das anzugucken somit helft ihr anderen und nicht nur euch selbst und jeder andere kann sich mal davon eine scheibe abschneiden das ist mal nicht verkehrt so gewinnt ihr nämlich natürlich auch wenn ihr jetzt mal logisch denkt an respekt weil die anderen leuten auch ein respekt und wenn das mehrere leute auf ihrem kanal genauso haben und das färbt sich dann gut ab dann unterstützt man sich damit gegenseitig und dann nicht nur dieses ich 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 das ist absolute scheiße das könnt ihr direkt mal abschaffen weil sowas will keiner haben wenn ihr nur an euch denkt das ist absolute morx kacke ich habe viele nette youtuber auch angeschrieben und versucht dann halt da irgendwo zu fassen und mit dem was zu machen und so weiter vor nichts kommt nichts so läuft das halt nun mal eine kenne ich schon etwas länger aber die haben im momenten content auf ihrem kanal ich denke es ist eigentlich schade ich denke vielleicht bringt er mal irgendwas action geladen ist was nicht so was langweilig ist so ein aufbau video oder was einfach nur da sitzen und sich bequatschen lassen und welche sachen suchen oder was auch keine ahnung es gibt ja so viele let's plays ich möchte unterhalten werden wenn ich mir irgendwas angucke und auf meinem kanal wird man meistens sachen sehen die action sind entweder ist das hazard ops im koop modus vielleicht das packe ich nochmal wieder an oder halt das letzte letzten stream den ich geschmissen habe war ja zum beispiel von the golf with friends ja absolut im rage modus gewesen und auch wenn holi schon gespielt und das macht auch zwischendurch mal laune oder was langweiliges zu spielen wo einfach nichts hinter ist aber das kann trotzdem einem auf palme bringen klar warum nicht kommt doch haben wie das eigene gemüt ist und so warum es klappt nicht und dann gibt es am meisten die daumen da unten weil das nicht dies ist was die leute sehen wollen sondern eher ich habe mir von dem was anderes erwartet da frage ich euch mal da könnt ihr eine diskussion auf dem kanal und schreibt einander mal rein was habt ihr denn erwartet als ihr auf meinen kanal geschlossen seid was ihr zu sehen bekommt es ist dann gleich die neuesten videos werden geguckt nö gefällt mir nicht gibt es einen daumen da unten und tschüss interessiert mich nicht interessiert mich absolut gar nicht ich finde es nur schade dass die leute einfach keinen arsch wenn in der hose haben und dann auf kanal info sozusagen auf diskussion davor diese rubrik geht und sagt hallo ich bin der und der habt ein kanal durch sowas gefunden und hat mir das und das von dir angeschaut ist ja nicht grad so was ich mir oft habe hast du vielleicht noch was anderes was du mir empfehlen kannst von dir selbst ja und dann kommt dann wieder die sache wenn ihr eine playlist erstellt einen abschnitt eine playlist mit mehreren playlisten wo ihr dann den link von dem was ihr unter dieses video posten dürft die beste playlist die ihr habt je nach 40 50 videos wenn das let's play zu ende ist also story modus und es gefällt mir was ich sehe da kommt gut rüber gutes mikrofon gute tonqualität gute video qualität ist ein muss es kann auch etwas älter sein wo ihr sagt habt ihr noch kein headset gehabt das ist bei mir zum beispiel für resident evil 4 hatte ich das hört man dann hall hintergrund hat aber da weil ich da noch nicht mit großartig mit headset sondern ich habe so da gesessen jetzt ohne kopfhörer auf und habe dann so gedattelt ja mit mit dem stand mikrofon von logitech logitech genau und das war mein erstes let's play genauso wie far cry wo ich sagen kann das kann ich aber empfehlen das sind so das sind retro classic games die kann man sich auf jeden fall mal angucken das macht laune deswegen habe ich mal eine neue playlist erstellt und ich werde noch eine neue playlist erstellen wo ich dann die playlist rein mache von den leuten die mich abonniert haben und den kommentar darunter von ihrer besten playlist ich erwarte aber auch von den leuten dass sie mich abonniert lassen und nicht mich irgendwann entabonnieren nur weil denen so gefällt dass sie nicht vorher geguckt haben was ich für auswahlmöglichkeiten auf meinem kanal habe und sich das ein oder andere let's play geben was schon ziemlich älter ist einfach mal die ganze playlist abteilung auf youtube mal komplett durchgehen und sagen alter das let's play gefällt mir von dem das gucke ich mir mal an was eine andere ist nicht so gut okay deswegen hat man ja so viel auswahl und ihr guckt euch immer nur das neues an und ihr wundert euch leute immer das falsch was euch gefällt das guckt ihr euch an ist nicht ganz so da guckt ihr mindestens 34 videos müsst ihr gucken und dann könnt ihr entscheiden und nicht wenn ihr nur ein video gefällt mir nicht da runter tschüss das bringt es nicht das ist auch nicht ja der charakter der das spiel spielt kann von heute auf morgen auf einmal komplett was anderes wiedergeben und denkt wow geil er ist ja doch gar nicht so schlecht wie ich gedacht habe das habe ich schon oft erlebt deswegen gucke ich mir wenn ich hier mal auf jemanden stoße die qualität ist einigermaßen ordnung könnte besser werden aber dem kann man ja nachhelfen lasse ich ihm feedback da daumen hoch für die anstrengung netten text so fertig so und dann kriege ich definitiv antwort darauf und jeder andere der bock hat mit mir zu quatschen oder seine technik zu verbessern oder wann auch immer dem kann geholfen werden kanal info teamspeak adresse die scott gibt es bei mir nicht den scheiß da kommt einfach mal drauf wir haben bezahltes teamspeak wir machen das zu drei leuten der alpab der holi und ich ja so und wenn dann irgendwas ist kommt auf unser teamspeak könnt ihr jederzeit drauf kommen ihr braucht auch nichts zu bezahlen ihr könnt euch mit gleiche sind ein treffen zocken was auch immer dafür machen wir den ganzen kack ich auch zumindest das video hat jetzt knapp 18 minuten ich denke mal ich habe einiges gesagt was ich sagen wollte eure beste playlists an co-op oder single let's play bitte mal unten hier unter das video definitiv und wenn mir das gefällt dann werden ich werde nicht ich werde eine playlist erstellen ja und wenn ich dann zwei drei gute playlisten habe von euch üblich sagt das ist geil das gefällt mir auch und ihr aber eins geboren habt mir das gefällt mir nicht aber was anderes gefunden habe auf einem kanal wo ich sage das ist besser das ist geiler dann werde ich euch das wissen lassen und da kommen da gute diskussion kommen unter eurem kanal banner der diskussion und 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 so da werde ich dann euch da mal mit einem kleinen text von unserem video wissen lassen ich habe jetzt diese playlist auf meinem kanal aber ihr müsst mich dafür abonnieren gefällt mir die playlist die ich allerdings gucke oder ihr das empfohlen habt er sagt das ist das geilste playlist die ich jeweils hatte lasse ich euch ein abo da aus respekt es ist nur ein daumen nach oben und kein weltuntergang so entweder verliere ich oder verliere ich nicht so aber in dem punkt gebe ich euch was also gibt mir das da auch wieder zurück das ist an einer hand wäscht die andere so helft ihr euch gegenseitig nach oben und erreicht irgendwann die 1000 abonnenten indem ihr alle das macht was ich gerade gesagt habe wurde eine sagt muss ich nicht machen dann lässt es halt bist ja nicht zugezwungen ich schaue trotzdem rein dass den feedback da gefällt es dir gefällt es dir nicht aber ich kann wenigstens sagen ich bin auf dich zugegangen habe was da gelassen mehr kann ich nicht machen der rest ist in deiner bescheuerten birne somit eigentlich das gesagt was ich sagen wollte ich hoffe ihr habt euch diese 20 minuten gut genossen und wenn nicht kann ich auch nicht ändern mehr mache ich nicht mehr sage ich nicht das ist glaube schon ein bisschen zu lang das video aber was will ich machen das eine oder andere kommt dann immer dazu und ja ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid euch kein single scheiß lasst euch mal durch den kopf gehen und wenn ihr bock drauf habt dann wäre damit ich weiß auf jeden fall die playlist werde ich gleich erstellen nach diesem video und da wird dann auch schon ein let's play drin sein von jemand von zwei leuten mit einem wo ich koop gemacht habe werde ich mit reinpacken weil mir das am besten gefallen hat und ja das wäre selbst pushing ich glaube das lasse ich lieber oder doch nicht keine ahnung vielleicht finde ich was besseres bei dem und dann eins auf jeden fall von jemand anders der ein paar abonnenten mehr hat von dem man auch wieder selten nichts kaum hat hört den muss man irgendwie immer herlaufen stuxer naja so das war es gewesen ich höre jetzt auf ich versuche jetzt das video zu rendern oder ich lasse es so und ich schmeiß direkt so naja ich würde sagen danke fürs zusehen das war euer virus und viel glück jetzt seid ihr dran nicht du ihr tschau mit v hallo freunde des geilen youtube sport grüß euch euer virus falls euch dieses video gefallen hat dann lasst doch einfach mal ein schönes kommentar da für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben und falls für mehr dann einfach unten mal den roten Button klicken und würde sagen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eurer Walrus Wüns Ciao, ciao